Hi, ich bin Dario Schlotfi, ich bin JDM-Finalist und Turmspringen ist mir wichtig, weil ich liebe das Gefühl zu fliegen. Wasserspringen mag ich gern, denn der kriegt mein Kürbis her. Wasserspringen ist für mich lustig. Musik 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 Turmsprungen Turmsprungen ist für mich einfach die Arbeit mit dem eigenen Körper und das macht mir einfach Spaß, seinen eigenen Körper einmal so richtig kennenzulernen. Wasserspringen ist wichtig für meinen Körper, dass ich immer fit bleibe. Wasserspringen ist wie eine zweite Familie für mich. Wasserspringen finde ich toll, wenn man lernt, über seinen eigenen Schatten zu springen.